Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu Dragon Origins Age oder so. Wir sind immer noch in Denerim. Ich habe hier beim letzten Mal ja alles und jeden angequatscht und jede mögliche Quest irgendwie aufgesammelt, die aufzusammeln ging. Und danach bin ich eigentlich auch ins Lager gegangen, aber komischerweise hat die Aufnahme nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum. Das habe ich dann erst viel zu spät bemerkt und jetzt muss ich quasi alles, was ich bisher gemacht habe. Ich meine es war nicht viel, es war nur hauptsächlich Geräte, aber ich muss das jetzt alles nochmal machen. Und ja, dann mache ich das halt nochmal. Zum Glück habe ich ja einen zweiten Safe genommen, sonst wäre das jetzt alles überschrieben gewesen. Paranoia bringt halt manchmal doch was. So. Also jetzt gehe ich hier nochmal rein, weil wir haben ja die Quest, dass es da Probleme gegeben hat. Gut und gehen müssen. Genau. Und wir müssen jetzt diese Leichen wegräumen. Das war Nummer 1. Die 2. Das ist irgendwo neben der Kirche versteckt. Und die dritte ist Teil von von einem anderen Stadtteil hier in Tenpepepep in Denerim Mansion. Es käme da. Ähm. Genau, wir müssen hier noch in ein Brodell und da ein bisschen aufräumen und da ist dann scheinbar auch noch eine Leiche. Also ich glaube, das sind dann drei Sachen auf einmal. Ja, du bist der dicke Macker. So und wo besser, ein paar Leichen zu verschwinden lassen, als neben ein paar Templern, neben der Kirche in einem Brunnen. Also rein damit. Falsch. Meine Leute schauen einfach zu. Super. Ja. So, hier ist jetzt noch so eine Tür, die man markieren müssen. Zack. Mit der guten Frauen. Wie war das in der Kirche, meine liebe Frau? Nur über zwei Jahre. Warum hast du das gefragt? Und alle Brüder und Schäuze da, die haben sie ausgenommen? Die meisten von ihnen, ja. Seit zwei Jahren hatte ihr keinen Kontakt mit niemandem, aber jungen und Frauen, die zu einem unkernigen Gott wurden. Was hast du gesehen? Nichts, warst du... Nichts, warst du ein Companionship während die zwei Jahre? Two Jahre? Das sehr Schäuze macht mich sehr schwer. Meine Zeit in der Kloister war eine Zeit von Kontemplation. Ich habe mich mit den Gedanken der Makers und andere... ...Worty Pursuits. Aber wie gesagt, Der Severin ist ein ganz schön schlüpfriger Kerl. So, jetzt bringen wir mal der Frau die schlechte Nachricht. Ja. Okay, lass mich mal schauen. Warum? Was hat er getan, um das zu verdienen? Ich sage für dich, mein Herr. Äh, okay. Mehr Dinge zur Lager. Auf Wiedersehen. Dann gehe ich vielleicht doch noch nicht ins Lager, was ich eigentlich vorhatte, weil ich wollte mal mit meinen Kameraden reden, sondern ich folge dem Aufruf. Zack, geh weg. Und zwar, wenn euch, vielleicht fällt es euch auf, hier stand beim letzten Mal einer. Der ist jetzt weg. Und das ist der, von dem wir jetzt die Nachricht bekommen haben. Der Severin wird den auch noch kennen. Werdet ihr schon sehen. Na, das sehen wir schon durch die Wand. Kollege. Du hörst du über eine Note? Vielleicht haben wir ein paar Dinge, die wir können darüber sprechen. Ich sehe, dass die Gespräche bleibt, wenn das ein Trapp ist, dann... Zevran, das ist es. Du bist der Taliesin. Other Crows versuchen, dich zu töten, aber in meinen Augen, du bist bereits tot. Also, du hast keine Ahnung. Aber hier ist ein großer Interesse für mich. Baroden ist ein schweres Ort. Blight, Civil War, andere Mayhem. Viele Menschen sind nicht alleine. Manchmal sind sie wirklich nicht alleine. Vielleicht wollen sie etwas tun. Die Leute, die diese Dinge tun, können wirklich beschäftigt werden. Du könntest das sagen. Nicht viele Menschen, die wir aufhören können. Also, jemand, der unseren Weg überrascht und wohnt? Wann? Vielleicht können sie sich helfen. Einige Koffer machen. Jeder gewinnt. Der Skrull. Du lernst es. Du lernst über jemanden interessanter. Wenn du herauskriegst, dass etwas zu ihm passiert, etwas unverzügliches. Dann, wenn wir wieder sprechen, gebe ich dir Geld, um mich zu wissen. Wenn du nicht magst, was auf dem Skrull ist, dann mach nichts. Vielleicht hat er ein Koffer, und jemand anderes erzählt mir alles über das. Das hört sich eigentlich gar nicht mal so schlimm an, so wie er das sagt, ne? Aber im Endeffekt ist das doch alles nur bla bla. Du kannst niemals zu vorsichtig sein. Kannst du jemanden schuldig sein, um sich zu schuldig zu sein? Das kann ich nicht tun. Ein Master hat ein Kontrakt an dir. Aber, wenn du uns helfen kannst, vielleicht, wenn der Master Hilfe für Hilfe... ... wird er einfach im Silenz bekommen. Ja? Also, machen wir das auch. Ja. Das macht für gut zu lesen. Du bist ein kassioser kleiner Weasel, Ignacio. Was ist dein Angeln? Wenn du uns falsch spielst... Mein Tanz ist nicht für dich. Ich muss manchmal wirklich ehrlich sein. Und ich kann sagen, ich habe niemanden gefragt, nichts zu tun. Ich habe nur jemanden etwas interessantes zu lesen. Und du denkst, das wird deinen Gehirn schützen, wenn sie ihn zu einem Wallen schützen? Du bist bereits tot in meinen Augen, Horson. Nehmt sich, dass ich sonst nicht lerne. Wenn das alles ist, Glück ist es zu dir. Ich weiß nicht, welchen Status er hat. Auf jeden Fall hat er uns jetzt quasi angeheuert. Und wir sind jetzt dafür zuständig, mal ein paar Leute zu killen. Naja. Saffron ist ja mittlerweile loyal uns gegenüber. Zack. Und der ist hoffentlich keine Gefahr. Wer weiß. So. Oh, hier ist noch ein Buch. Das nehme ich mit. Jawoll. Mit der kann ich ums Verrecken mitreden. Es hat beim ersten Mal schon nicht geklappt. Also beim ersten durchspielen. Jetzt noch nicht. Keine Ahnung. So, jetzt geht es aber wirklich ins Lager und dann rede ich mal mit meinen Leuten. Ich hoffe mal, das passt noch in die letzten knapp 20 Minuten rein. So. Denerim? Nein, da müssen wir noch überall hin. Aber zuerst ins Lager. Bevor ich jetzt da reingehe, weil ich habe ja schon gesehen, was passiert beim letzten Mal. Achtet mal, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Achtet mal auf die Gestik, die Mimik und wie gut das Voice-Acting ist. Also bei jedem Charakter, nicht nur das, was jetzt direkt passiert. Ich habe studiert Mothers Grimoire. Wollt ihr, was ich gefunden habe? Jawoll. Es ist nicht, was ich erwartet habe. Ich habe erwartet für eine Kollektion von ihren Spellen. Eine Mappe der Macht, die sie schlägt. Aber das ist nicht das. Aber trotzdem schaut sie irgendwie bedrückt aus. Disturbt? Ja, vielleicht ist das das richtige Wort. Eine Sache, die insbesondere in ihrer Schrift, mich disturbt. Hier, in großem Detail, Flemeth erklärt. Flemeth erklärt die Möglichkeiten, von denen sie seit Jahrzehnten übernommen hat. Ich hoffe, ihr schaut ihr natürlich aufs Gesicht, ne? Ähm. Lass mich raten. Sie trinkt Blut und frisst Kinder? Ja. 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 Ich habe nie einen gesehen, und habe immer gefragt, warum nicht. Und jetzt weiß ich, sie sind alle Flemeth. Wenn ihr Körper alt und weisend wird, sie eine Daughter. Und wenn die Zeit richtig ist, sie nimmt sie ihre Daughter für ihre eigene. Dann, warum hat sie dich dann mit uns mitgeschickt? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es so, wie sie gesagt hat. Die Darkspawn hat ihr so viel, wie sie jemanden anderen. Oder vielleicht glaubt sie, dass diese Reise mich stärker machen wird. According zu der Tome, wenn der... ...Host ist bereits stärker und trainiert in Magie, dauert es viel weniger Zeit, um Flemeth zu... ...zetteln. Bist du dir sicher? Ja. Das ist das, was diese Tome enthält. Die verschiedenen Daughteren, die Flemeth hat... ...eine Präparation und Training. Ich erkenne das alles. Ich bin, um ihre nächste Hose zu sein. Das ist mein Ziel. Es gibt nur eine mögliche Antwort dazu. Flemeth muss sterben. Ich sitze nicht, wie ein leises Sack, warte, um zu erfüllt. Flemeth muss sterben werden. Und ich brauche deine Hilfe, um es zu tun. Denn wenn sie sterben ist, während ich nahe bin, ... bin ich nicht sicher, dass sie nicht einfach... ...möglich kann, dass sie mich von mir genau dort anzunehmen. Ich bin sicher. Obwohl ich es nicht kann, um es zu tun. Das hat noch Auswirkungen. Aber ... Es ist schwierig... ... falls die Essendien zu tun ist, wenn sie es nicht mehr betrifft wird. Ich frage mich nur, wie sie dies gibt. Das ist so. Wenn du an Flemeth als eine Mutter denkst, denkst du an sie als eine älteren Abomination, die ihr eigenes Fleisch und Blut benutzt, um ihr Leben zu über allen natürlichen Grenzen zu verlassen. Sie wünschte niemanden, diese Informationen zu bekommen, mindestens mich. Jetzt habe ich es. Wenn ich nicht auf dem, was ich weiß, bin ich mehr der Fuhl. Dann helfe ich dir noch. Wir haben das ja schon vom Anfang gesehen. Also so viel ist da ja auch nicht drin. Aber irgendwie hört es sich so an, als haben wir eigentlich nur die Schmutzarbeit. Du denkst, dass ich das Spaß mache? Ich mache es nicht. Ich werde aber auch für meine Erlösung kämpfen, wie Flemeth würde. Ich bin dankbar. Je schneller das kann sein, desto schneller wird es meine Meinung aufzunehmen. Aber gut, der nächste ist das denn. Aber ich glaube, ich habe das genauso gemacht, wie beim letzten Mal auch. So, Kollege. Du bist nicht so kallig, wie ich dachte. Das ist... unerwartet. Was soll denn jetzt das heißen? Kallo? Es ist ein Wort in deiner Sprache. Es bedeutet, ohne Fehlern, als ein neu gehacktes Bär. So, so war es nicht gedacht. Dann, warum fragst du? Ja, das ist offensichtlich. Du hast wahrscheinlich die meisten Menschen diese Impression geben. Du wirst es überraschen. Eventuell. Okay, warum bist du hier nach Pharrellin gekommen? Ich wurde die Augen der Antom. Der Arishak fragte, was die Blight ist. Von seiner Überraschung. Ich bin jetzt hier. Ja. Nun. Ich kann nicht nach Hause gehen. Warum? Es ist nicht wichtig. Doch. Können wir weitergehen? Wir warten, dass wir die Darkspawn warten. Mal schauen, ob ich noch mehr rauskriege. Es ist wichtig. Sehr gut. Ich habe mich selbst verbringst. Eine wege Meinung ist ein zerstörer Foe, wie du sicher bist. Und das heißt? Das ist kompliziert. Ich bin zu deinem Land mit 7 von den Beresad, meinen Broters, um zu finden, um die Blight zu finden. Wir haben uns über die Ferelden geschehen, ohne incidente. Wir sehen uns nichts von der Ferelden, die wir verabschieden haben. Bis zum nächsten Mal, wir kamen bei Lake Kalanhad. Ich kam von überall. Die Erde, unter unseren Knie, die Erde, über uns. Unsere Schäden haben wir die Darkspawn. Ich sah die letzte von den Knie verbringst. Ja, das hört sich so an wie das, was uns in Ostagar passiert ist. Das hat er dann wahrscheinlich auf dem Schlachtfeld fallen lassen. Vielleicht. Ich habe es recherchiert. Und wenn das nicht verfehlt, fragte ich mich, was davon geworden ist. Sie sagten, dass sie mich mit nichts gefunden haben. Ich habe sie mit meinen kleinen Händen getötet. Ich habe es getan. Ich wusste, dass sie die Schlacht nicht hatten. Sie hatten keinen Grund, um mich zu lieben. Ich habe mich überrascht. Ich dachte, dass ich sie aufgelistet habe. Deine Menschen haben keine Seelen, wie wir sie kennen. Für dich. Das Schwert wurde für meine Hand alleine gemacht. Ich habe sie aus dem Tag, wo ich in die Beresade gelegt wurde. Ich war zu sterben, um ihn für meine Menschen zu sterben. Selbst wenn ich Ferelden und Tevinter unarmt und allein überrascht konnte, um mein Rapport zu den Arashoch zu bringen, würde ich durch den Antarm geflogen werden. Sie kennen mich als Soldus, ein Verletzter. Kein Soldus, der seine Schlacht aufgelistet hat, während er die Rapport zu bringen. Wenn ich wusste, wo ich zu schauen würde, wäre es jetzt in meiner Hand. Das war's. Einfach aufgeben. Was würdest du mir machen? Es könnte jetzt irgendwo sein. Wo hast du gegen die Dunkle Put gekämpft? Nähe von Kalanhad. Vielleicht sind diese Worte leer, aber ich danke euch auch. Ich glaube, das ist das gleiche. Oh, plus 16. Halleluja. So, das ist jetzt eine der Quests, die wir von einem unserer Begleiter bekommen können. Und wir wissen jetzt auch, wie Stan eigentlich in dem Käfig gelandet ist. Also wir haben das ja in Lothering schon erfahren, dass er einfach ein paar Farmer umgebracht hat. Jetzt wissen wir auch, warum. Okay, so. Ich weiß natürlich, wo ich hin muss, um das Schwert zu holen. Aber... Jetzt ist erstmal der nächste im Bunde dran. Die Liliana. Something I can help with? Ja? What's on your mind? I knew this would come up sooner or later. I don't know how to explain. But I had a dream. In it there was an impenetrable darkness. It was so dense, so real. And there was a noise, a terrible, ungodly noise. I stood on a peak and watched as the darkness consumed everything. And when the storm swallowed the last of the sun's light, I... I fell. And the darkness drew me in. Then hast du wahrscheinlich von der Verderbnis geträumt. I suppose I did. That was what the darkness was, no? When I woke, I went to the Chantry's gardens, as I always do. But that day, the rosebush in the corner had flowered. Everyone knew, that bush was dead. It was grey and twisted and gnarled. The ugliest thing you ever saw. But there it was. A single, beautiful rose. It was as though the maker stretched out his hand to say. Even in the midst of this darkness. There is hope and beauty. Have faith. Hmm. And that's why you want to help me. In my dream I fell. Or maybe I jumped. I'd do anything to stop the light. I know that we can do it. There are so many good things in the maker's world. How can I sit by while the light devours everything? What do you need? Ask away. I suppose I could. But I really would rather not. When the grand cleric let Duncan recruit me. She made me swear never to reveal Templars secrets outside of the Chantry. I'd rather not go back on my word. Ask me later, perhaps. Maybe I'll change my mind. This is not something small you're asking after all. What do you need? Ask away. Okay, um... So, this Arl Eman, the had to get you. So, this Arl Eman, the had to get you. And I said, the dogs raised me. Giant, slurring dogs from Theandervilles. A whole pack of them, in fact. Das ist so ein Schatzpult. Nein, Flemeth, hast du was anderes erzählt? So, weißt du denn, wer dein Vater ist? Die gute Frau werden wir dann später noch kennenlernen, also später im Spiel. Hm, das ist eigentlich schrecklich, wenn man es mal so nimmt, ne? Er hätte die Chance gehabt, theoretisch in einer guten Umgebung aufzuwachsen, wird aber weggeschickt. Vielleicht. Sie fühlte sich durch meine Präsent, ich kann das jetzt sehen. Ich kann nicht sagen, dass ich sie blöde. Sie hat gefragt, ob die Ruhmungen selbst selbst wahr wären, ich glaube. Ich erinnere mich, dass ich ein Amulett hatte, mit Andrastes' Heilungssymbol auf dem. Das einzige, was ich von meiner Mutter hatte. Ich war so faszinierend, dass ich sie weggebracht habe. Ich schickte es und schickte es auf die Wände und es schickte es. Stütz, stütz, eine Sache zu tun. Die Ruhmung kam ein paar Mal nach dem Monastery ein paar Mal, um zu sehen, wie ich war, aber ich war zufrieden. Ich liebte ihn da. Ich blamte ihn für alles. Und letztendlich, er hat es einfach zu kommen. Ja, so kann es manchmal gehen. So, naja, du warst noch jung, komm schon. Und er warst noch jung, wie ich agiert habe. Aber vielleicht alle junge Basterde, die so wie das. Ich weiß nicht. Alles ich weiß, ist, dass der Arl ein guter Mann ist. Und gut liebte von den Leuten. Er war auch Kinkailins Onkel. Also hat er eine persönliche Motivation, um Loghain zu bezahlen, was er getan hat. Insofern, das ist wirklich alles, was es zur Geschichte ist. Hier bin ich. Oh, das sollte gut sein. Geh' auf. Na, die Kröhe würden Sie glauben, dass es ein involvierter Prozess ist, der Jahre trainiert. Die Art, die testet både Ihre Resolven und Ihre Enduranz. Überlebte diesen Prozess und vielleicht, nur vielleicht, bist du gut genug, um zu einer von ihnen zu beantworten zu werden. Aber ganz ehrlich, die Wahrheit ist, dass alles, was es braucht, ist der Geist, um Menschen zu leben zu lassen. Es ist sehr beeindruckend, wie gut man in diesem Bereich kann. Also muss man nichts Besonderes können? Ich weiß nicht, ob das. Es ist einfach ein etwas anderses Wettbewerb von deinem average Killer, wie ich es sehe. Ein Assassiner spezialisiert sich einfach in der Strecke von Strecke und in der maximisieren, dass der erste Atacke so lethal wie möglich sein wird. Dein Fehl, entweder mit Pfeifen oder mit Krippeln der Läden, macht irgendeinem Follower-Kombat, den du in den Follower-Kombat musst, so viel einfacher. Ah, hört sich nützlich an. Siehst du? Bezahlen für das Akt ist vor dem Punkt. Ein Assassiner ist mehr eine taktische Wahl als ein Lebensstil. Natürlich lieben die Kräuter, die sagen, dass ihre Habilitäten sind Trades-Sekret, schraubt in Schäden und in ein Blanket von Mysterien. Okay, also lassen wir das nur zwischen dir und mir, schaue wir? Okay, das reicht mir aber noch nicht. Hier bin ich. Oh, ich könnte sicherlich, aber ich will nicht. Ich habe den Kräuter geworfen, dass die Dinge, die sie mir geholfen haben, ein Geheimnis zu bleiben. Und während, ja, sie sind bereits angreifend, würde ich lieber nicht Dinge bewegen, du siehst. Alles klar. Wenn du wirklich angreifend bist, dann, lass mich über das denken. Die Kräuter sind bereits angreifend, ja? Wer weiß. Gleiche Frage, gleiche Antwort. Ja, ist das schön. So. Okay, kann ich hier noch irgendwas tun? Ich glaube, ich habe jetzt mit jedem gelabert. Dann, ach, gehen wir mal noch zum Rund. Noch ein bisschen Spaß haben hier. Ich habe einmal gehört, eine sehr alte Geschichte, wie die Hound-Wurriere, in den Zeiten der alten Tribes, sie ihnen die Mabari, die Flashe des Vanquished. Also, das ist das, was ich gehört habe. Es wird manchmal sein, die Flashe menschliche. Ich glaube, du kannst dir die Unterschiede wissen. Oh, du weißt, vielleicht hast du schon etwas geholfen, jemanden. Hey, Alistair, pass mal auf. Ja, hör nicht auf den Alistair, der erzählt nur Geschmarrin. Hey! Komm gleich nochmal. Oh, schau mal, was dein Fuhl-Dog in meinem Pack gelegt hat. Oh, das Zweite ist ja fies. Ich nehme mal das Dritte, das ist schön. Ich glaube, ich habe genug Fleisch, wo es klappt, und ich brauche es sicherlich nicht in meinem Pack. Ein schrecklicher Mangel kann das zurückhaben. Da, und erzähl ihm nicht, dass es wieder zu tun ist. Zum Glück kann man den Hund nicht verärgern. Und weil es Spaß macht. Ich schaue dir mal noch ein bisschen zu. Du bist ein wahrer Krieger und wertvoller Respekt. Das ist so toll. Das ist so toll. Okay, also, diesmal bin ich mir sicher, dass die Aufnahme läuft. Ich, äh, ich wandle schon mal weiter. Ich gehe nochmal zurück nach Dennerim. Ähm, du kommst mit. Ja. Ja. Du. Und du kleiner Möchelwörter. Zack. Und mache ich erst mal ein paar von den Nebenaufgaben, bevor wir dann wieder weiter in die Lande ziehen. Okay. Aber ich muss ja dann eh wieder hier auf die Karte. Also, hier mache ich jetzt meinen Schnitt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Okay. Okay. Okay.